ich kenne wissen warum das hier nur mono ist nicht so nicht so auch so nicht so ich glaube die kommen auch nicht mehr würde ich jetzt vermuten zumindest ich rede jetzt hier mit salamander oder muss man muss nebenbei noch was warum ist das alles noch der linken seite ich weiß es ist alles noch der linken seite die gespräche sind immer topf aber was hat er denn erzählt nix hat erzählt ich glaube ich habe vergessen was anzuschließen ich habe gestern ein mischpult war das hingestellt und irgendwie aha jetzt geht es okay war es noch richtig in der buchse drin was hat der feuer seiner mann gesagt nichts hast du gesagt hast du jetzt rein also noch was anderes machen oder eine frage theoretisch können wir natürlich hier rein oder guckt man sich erst mal weiter um oder doch alles ein bisschen größer hier also tatsächlich ein bisschen was habe ich noch mehr aufgedeckt also privat dachte du spielst jetzt hier einfach alleine weiter also ich habe so ein bisschen die map komplett aufgedeckt wenn ich mir gemerkt wo es ist ich ich weiß du triffst diese komische diesen auch wie hießen der der zombie boy ja er stand in irgendeinem haus da bin ich nicht reingegangen ok wenn da würde ich mich auch nicht spoilern lassen ja irgendwo unten war das also richtung alexander regenweiler wie hieß der denn wo wir die frau gerettet haben von der fettel vor der fettel der ist hier auf jeden fall war also irgendwo unten richtung hafen oder so sonst habe ich eigentlich alles vergessen tatsächlich ja keine ahnung sollen wir erstmal noch weiter ja ist eine gute frage oder machen wir halt das jetzt theoretisch kommen wir gehen einfach wir reden wir gehen jetzt erst mal ein bisschen mit dem boy und schau mal was passiert bist du jetzt drin ja ja ich bin gerade am reden ich weiß jetzt sieben schütt jetzt sieben schütt jetzt sieben schütt jetzt ist gott stand jetzt ist you will look in for the night song after me please tell me you found it was soll man so ach das nachtlied genau nichts an kontrakt he owns this place and his little page boy inside knows how to get to him the road can set it be easy money smash and grab get in get the night song turns out his little relic was in a temple of shah beneath the army of goblins would never have taken my people in if i'd known i can't bring them back but i can make laroic and cough up especially if you found the relic theoretisch kannst du ihm das auch sagen was soll er machen okay ja weiss nicht würde ich sagen oder ja ist zu spät ach so hey du bist nur anteil okay 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 mhm kann er sich sonst wo holen der boy sohn hast du noch anteil gegeben ja ich habe nicht nur guckt man du machst das schon ich habe gesagt diesen unsterblich auch wenn ein anteil will soll ich mich selber holen genau bin ich eigentlich am du denkst glaube ich gerade ganz was das wird so sein mit dem du schon geredet mit dem b-b-b-o-d-k-ar 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 hallo hallo das sehe ich dass du das machst ja so halb ist jetzt wieder mehr als halb anwesend ich hoffe okay okay taxis taxis was taxis nein nein wir sollen taxis sagen ja kommt von denn das versucht ihn zu täuschen die volle 20 weißt du nicht wie marvin hart aussieht vielleicht sieht so aus wie er ist logic detected ja 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 Ich weiß, dass Master Lerowakon die Arbeit der Leben ist. Er ist ein starker und wichtiges Mann, whose powers exceed die Herausforderungen von den meisten Wäldern sind. Er ist in Rammazith's Tower. Jemand mit der Information, lediglich zu der Beobachtung der Nightsong, kann er mit ihm eine Aufmerksamkeit bekommen. Das ist dumm wie ein Stück Brot. Taxis? Oh, guck mal, der hat Kleidung. Oh cool, hat er gute Kleidung? Also letztlich bringen wir den eh um, oder? Den bringen wir um? Alle? Keine Ahnung, warum sollten wir... Wir bringen da immer um. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was hier Phase ist. Weil die sind. Umbringen? Nicht? Es gibt glaube ich ein paar viele zum umbringen. Ach, naja, das kann man ja sehen, wie man will. Die Leiche. Oh, und Leiche? Wer Leiche. Da sollten wir uns nicht... Nein. Der Leichen. Die Leiche ist wiederbelebt. Cool. Euer Zaurer, alles hier. Wenn das schon können. Ah, der ist irgendwas... Ach so, nee, du hast nichts gesagt wegen dem Nachtlied, so, ne? Doch, aber er hat ja nur gesagt, dass... das Nachtlied irgendein Relikt ist. Na ja. Zauberflöder als Maul. Der ist dumm wie Stückkacke ist, ja. Weiß er genau so gleich, was du hattest? Ja. Was hat er denn? weißt du wie das rief was gay wollte leider nicht aber irgendwas wollte der hier kurz nach oben ich weiß ja nicht ob er nur gesagt hat er wollte hier hin oder sucht er ein buch auch nicht reichtum okay wir sind portale aufgegangen also das tafel sagt man ist das richtige über sie die alte spanische bazille wo bist du hin hast du dich schon wieder versteckt das ist nur angefangen bevor ich überhaupt drin war aber du bist guckst das auch ich glaube du bist zum anderen tat bereit immer ich sehe keine Nightsong so you wouldn't have entered my tower without the Nightsong in hand surely my worthless apprentice wouldn't have allowed you to waste my time you'll have more gratitude than you know how to count once the Nightsong is in my hands nö hier wird nur gegendert alles ist nö so 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 Erstmal weiter ausfragen. Also will er sie einsperren. Ja, will ich ja die Eins sagen, oder was? Ja, es ist Kestrick und jetzt ihr... Oder das... Ja. Ich bin Zauberin, also ist alles cool. Ich bin Zauberin, ein Zauberin, der seine Säge auf seine Säge zu dem Gott flattert ihn. Ich bin kein Gott, aber das, was mir in den Augen schlägt, in den Augen. Die Nachtsung wird auf einen großen Wettbewerb geben, equalisierter Mensch und Gott. Wer mir helfen, dass ich das, was ich suche, wird großartig befreundet. ein lebensleben macht euch nicht zum gott wir beim gleichen ich fürchte blablabla gefangen genommen ich denke erst mal drüber nach da würde ich erst mal mit dem mit ihr drüber reden oder nicht delikat würde ich sagen da muss ich mir anscheinend doch noch nicht jetzt entscheiden ein schöner ausblick er ist ganz schön hoch der turm 2,50 wenn du runter springst drei euro wenn du überlebst ja gut dann müssen wir glaube ich sowieso einmal zurück oder dann kann ich ja dann kann ich ja hier nochmal austauschen können mit night song sprechen ich weiß ja nicht doch können wir bei mir ist er nicht gestorben ich habe den nicht gerettet und habe ein paar lange 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 nächte wollte ich gerade sagen gemacht was will ich denn machen ja ja so reden wir ganz kurz mit ihr ne warum hat die nur 25 von 105 leben ich glaube die ist noch verwundet von dem kampf das kann gut sein es geht wie es ist ist das er ist was er auf der an ab 'll die kommen und schaffst Der Wälder der Schnecklinge haben uns unabattet. Dieser Wälder... Dieser Wälder... ...must be held to account. Ich will seinen Neck rinne, ...until er ist tot. Okay. Die Erfahrungspunkte wollen wir haben. Sein Ende wird noch eine Strecke ... in der großen Bedeutung unserer Freundschaft. Ich komme mit dir. Ich möchte ein paar Licks in mir selbst. Meine Lieblings, wir agreeden Sie'd scout für den nächsten Selunite. Das nächste Nacht. Lass uns unsere effortsen. All das schneller zu werden. Ich will nicht, dass Sie allein gehen. Wer weiß, was dieser Wälder might have planned. Unsere nahe will mit mir accompany. Wann Sie? Es wird ein furcht und furchtiger chore. Hieh wir zu diesem Loroakon gleich. Ich bin so eager zu treffen, wie er mich ist. Wo ist Gail denn? Ähm... Der... Ja... Ist hier oben? Der ist hier oben. Bei ähm... Astarion. Wo ist Astarion? Äh... Geh mal hier die... Weißt du? Geh mal hier die Treppe hoch und dann hinten links durch. Warum ist denn die Sauer hier? Der Stonelord ist Minsk. Jahir ist all der Quintenz. Die hat sich doch... Das ist jetzt mal da einfach hingesetzt. Und dann... Achso. Na denn. All right. Some company... Na dann. Ist alles gut. Sounds like we're not the only ones tracking down this Minsk fellow. Oh, you know me. Never the optimist. I'm trying to focus on the positives. Guck dir mal. Steht das in den... In den AGBs drin, was der will? Hm, ne. Hast du geguckt? Ja. Hast du den eingewein... Hm? Hm? Aber er sagt doch darüber nichts. Also... Da müssen wir ihn mal mitnehmen, oder? Ja, das kann man dann machen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal wegen Willy Boys Vater, ne? Ja. Dann. Ja, wolltest du jetzt erstmal hier das Nachtlied machen, die Mission, oder? Weiß ich nicht. Ja, du hast sie doch jetzt dabei, oder nicht? Ne, die geht alleine dahin. Passiert denn da irgendwas, wenn man die tötet? Wenn man den jetzt hier tötet? Einen Kampf. Mehr nicht. Also es hat jetzt keine Folgen auf irgendwas. Der ist dann einfach tot. Der ist dann einfach tot. Hört an. Du hast einen schönen Schmack. Und ich kann es jetzt mal. Mein Lieber... Du wirst mich mit dementsprechend beantworten. Ich bin Dame Eilin. Und du bist eine Wealth ohne Honour, ohne Pride, mit nichts, nur einem Tower full von Trinkets. Meine Entschuldigung, Dame Eilin. Ich habe keine Entschuldigung. Vielleicht können wir beginnen. Ich bin Lerowakon. Ich bin sehr glücklich, dass du mit deinem Begründer hast. Der blieb immer. Bro, halt die Fresse. Du weißt, warum wir hier sind. Ach, du hast ja mit ihm gar nicht geredet. Nö. Mach die... Weiß nicht. Mach die eins. Erst mal fragen, warum überhaupt. Dane Eilin. Ich habe herausgefunden, ein Begriff, das würde die Immortanzierung beherrschen. Es würde dir keinen Halt, keinen Schmerz. Keine Krankheit. Du bist deine Mutter, Seluna, glaube ich. Sie? 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 ist keinen Sinn mitокойen. 몇 andere nicht. Es. Sie? Sie? Und du siehst, um sie zu schrauben. Du darfst mich mit der gleiche magie, die mich in torment für hundert Jahre hält. Ich habe mir gedacht, um deine bessere Natur zu verabschieden. Vielleicht habe ich dich überestimiert. Nein, ich habe ein Arsenaal von Implements, die dir zu überzeugen, um dich zu sehen, Aber seine Magik живet. Ich hätte gedacht, dass du eine öbliche Gelegenheit hältst, aber es scheint, dass du bereit bist, um das so schwierig zu machen. Ich habe große Pläne für dich, Dane Eilin. Und wenn du nicht so schlafen, dann gehst du zu kreieren und zu kreieren. Die Magikern und ihre Pläne für Dane Eilin. Predictable, sadistic, flaccid. Im Gardium Liviosa! Okay, äh, ex-excalated, aber quicky. So wie immer, oder nicht? Hier ist was! Ein Mürnidone. Ja, wirklich nur 25 Leben. Warum hatten die sich nicht gehalten, die Blüte-Kuh? Warum schlägst du mich jetzt einfach zurück? Warum liege ich auf dem Stein? Oha! Liegst du auch auf dem Stein? Ja. Oh! Scheiße! Das ist doch genau das Richtige für dich? Wir haben ja auch auf dem Stein. Wir haben ja auch auf dem Stein. Das ist doch nicht so gut. Wir haben ja nicht so gut gemacht. Wir haben ja nicht so gut gemacht, wie ich komme. No one else. Ich habe noch mehr Geheimnisse von ihnen. No need to resort to subterfuge. Wir sind wahrer Freunde, jetzt. Wir arbeiten gegen einen gemeinsamen Ziel. Bei Necessity, nicht Design. Aber ich bin glücklich, dass du die Richtigkeit von meiner Erfahrung verletzt hast. Deine hat nicht mehr Spaß gemacht, aber auch mit all deinen Erfahrungen, es ist nicht einfach. Der einzige Weg, in der wir immer noch nahe mit dem Geheimnis verletzten, war durch die Arbeit zusammen. Aber wen würden ein Mindflayer glauben. Also, ich habe das, was ich hatte, um dich zu überzeugen. Ich habe dich studiert. Ihre Motivation, Ihre Aktionen, Ihre Werte. Ich bin auch normal am reden mit ihm. Die haben voll den ekeligen Mund. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Sieht irgendwie aus wie eine... Weibliches Geschlechtsorgan. Mit 10. Ich wollte gerade sagen. Joa. Nee, lass mal, Digga. Hast du Nein gemacht? Ich habe gesagt, nee, ich verstehe da was falsch. Ich habe gehört, will eigentlich... Oh, next, another one. Ich wollte wissen, was passiert. Ich weiß nicht schon, komm, du hast nachher einen Gangmang. Will und dem Elite. Wer gibt es dann den Zug? Gay, Halton, Will. Ah, ich denke mir gerade, wo überhaupt der Mund von dem Ding ist. Welches Ding? Von dem Elite. Sieht man doch. Würdest du euch was ausmachen, die Tentakel zu öffnen? Oh, oh. Bist du fertig mit deinem? Nee, noch nicht. Komm, jetzt bin ich schon so weit. Ich hätte jetzt aber auch gern gesehen, ey. Ah, er kann sich auch einfach in jemand anderen verwandeln. Ah, ist ja langweilig. Ah, nee, ich könnte auch sagen, ich ziehe diese hier vor. Zeig mir einfach, was ich tun soll. Nein, das ist eine Privatunterhaltung. Ach so, warte, ich kann die zu öffnen. So. Kommt, bist du drin? Naja. Soll ich einfach, ich ziehe die hier vor, machen? Also, nur um das Setup auch ein bisschen zu veranschaulichen. Also, wir schweben gerade in der Luft. Ah. Er hat mich schon bewundet. Er hat sich angezogen. Und jetzt gaffen wir uns an. Geil, geil. Ach, du Scheiße. Oh, jetzt ziert mir der, ne. Ich glaube, wir geben wieder einen Tentakel. Also, so ungefähr wird das wahrscheinlich nicht laufen. Alter, nicht mal mit dem Will, war ich so intim. Okay. Ja, die sind gleich aber ganz woanders drin. Im Ohr. Und in der Nase. Alter, was ist das? Komm mal her, Schätzchen. Uuuh. Weil ich bin so klein. Da wäre eigentlich wahrscheinlich der Popo gewesen. Und, wie war die Nacht? Anstrengend. Vier Stunden im Mund gesucht. Hach, der Blick, ey. Oh. Da sieht man den Schniedelwurz. Ich glaube, er lächelt. Ich bin mir nicht sicher. Das ist, man weiß es nicht. Was machen die Augen da? Nein, ich will. Ich habe gesagt, ich würde dich aus dem Absoluten, nicht von uns. Und ich war... ...distractiert. Guten Tag. Es ist Zeit, um sich zu schrauben. Also, wenn man einmal die Rose gekrosst hat, dann... Gehen wir gar nicht darüber, was sie gerade passiert ist. Enttäuschung. Ah, shit. Alter, das klingt aber flott. Fast-rissing. Wie jetzt kommst du mit sowas? Jetzt muss ich mich vor Willa klären. Wahrscheinlich. Jetzt geht's bei mir weiter. Nee, doch nicht. Das matcht so gut zu dem, was ich gedrückt habe. Oh, ich fang an. Sie hat wieder nur zwölf Leben. Wie kann das denn sein? Ist sie dumm? Ich verstehe es nicht. Ja, im Zweifel ist sie trotzdem rot. Ich kann zwei Zauber wirken. Oh, nice. Kannst du nochmal heilen, ne? Doch. Aber nicht viel, glaube ich. Da muss er auch nicht den höchsten Zauber dafür nehmen, aber ich werde sie mit Schattenherz auch nochmal heilen. Oh, doch. Okay. Okay. Gut, das war's so. Ja, das war's jetzt. Mehr kann ich nicht machen. Jetzt sind wir eh erstmal dran. Wir müssen ja erstmal... Also, die Charaktere müssen ja erstmal bis zu dem Punkt kommen, wo sie selbst dran sind und vorher nicht sterben. Au. Ja, das mit dem nicht sterben ist halt problematisch, glaube ich. Aber immerhin, ich glaube, sie könnte es schaffen, wenn wir jetzt noch einen oder zwei vielleicht umboxt. Irgendwo, hä? 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 Wo bin ich? Was ist hier los? Au. Tag über Zeit, bald einfach. Ja, ich, äh... Soll ich mit K-Lacht den hinter uns schlagen oder soll ich vorrennen zu ihr? Ähm, na, K-Lacht ist die einzige, die vorrennen kann, ne? Ja. Ohne getroffen zu werden. Ja. Ja, dann geh mal zu ihr und guck mal, weiß ich nicht, den Kränk oder sowas? Irgendwann klähen, ne? Ne, ich hätte jetzt diesen Miklau. Ja, oder den. Der ist dann zumindest schon mal tot. Ja. Und dann den Zauberer einfach, oder? Kannst du mit dem irgendwas machen, den irgendwie runterschauen? Na, der kann sich porten, das macht keinen Sinn, glaube ich. Ähm. Entweder den Zauberer. Hast du irgendwas mit ihr, dass du ihn vielleicht liegend machen kannst? Oder so? Nicht mehr, jetzt. Ach, schade. Ja, dann hau einfach drauf. Ah, doch, gutenbrecher, warte mal. Zwei Züge. Ja, sehr gut. Dann hat er zwei Züge, also vermutlich zwei Züge nichts machen. Sehr gut. Sehr gut. Nicht gut. Ja, das ist so dumm. Das waren zwei Züge. Das ist so dumm. Ich verstehe hier nicht. Er liegt, er steht auf, kann direkt wieder was machen. Au. Das ist doch scheiße. Warum kann sie nichts machen? Das ist doch heule, ey. 37 Schaden. Alles fast tot. Na gut, Kalach hat noch nichts, ne? Aber trotzdem Heilung. Wie meint es mit Kalach hat noch nichts? Hat der Schaden bekommen. Ihr halbes Leben ist weg. Kalach? Ja, von allen von uns. Der hat auch noch 53 Leben. Ich kann ja zum Glück bis zu 6 Ziele heilen. Nice. Na ja, gut. Aber war doch gut. Und mehr ist... Also mehr war auch nicht drin. Ja, den Zauber kann ich leider nicht mehr. Also ich hab den ja mit Tavka da einmal eingesetzt. Massen und was denn? Dieses Massenheilen. Das kann ich theoretisch zweimal. Ich auch, aber ich hab jetzt keinen Punkt mehr, weil ich die erhöhte Einzelheilung genommen hab. Ah, okay. So, dann hab ich sie noch um 10 geheilt, dann ist ihr Zug beendet. Au. Guck nicht, liege jetzt auch, aber wahrscheinlich halt wirklich zwei Runden. Mir kann ja auch keiner erklären, dass die immer direkt den Wurf schaffen. Ich komm nicht so weit, scheiße. 42% Loroacan zu verbannen. Als Chance. Ja, wir müssen diese Siphons eigentlich töten. Ich kann zwei Stück verbannen. Ich mach Luft und Feuer, wenn das geht. Was? Luft und Feuer? Weil die sind nach mir, die werden theoretisch... Ah, nee, Wasser auch. Ich bin grad am überlegen, ob ich noch ein Stück in die Wolke reinkomme. Okay, warte mal. Luft und Feuer hast du gesagt? Ja, oder... Nee, oder Wasser und Feuer. Ja, weil das ist was unter uns. Warte mal also quasi den hier. Äh, ja, und den neben dir. Und den neben mir. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 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 11 jetzt weiß ich entweder auf den crank oder auf den zauberer selbst oder sowas dass der beschäftigt ist bei den zauberer komme ich dran schade aber eine krank komme ich dran eigentlich nicht macht er da unten ja aber die hat ja noch ein bisschen wie gibt er keine erfahrung schauen wir nicht gerne ist wahrscheinlich weil die teil von ihm sind also egal die machen wir mal nicht ich habe aber dafür gesorgt dass dass du kommst ausweichen kannst jetzt schon wieder nur eins zu leben jetzt mal kurz gucken wie weit kann ich springen nicht weit das ist mein problem muss ja aus dem links aus ich könnte 30 prozent ist halt leider wenig etwa so für ihn auch zu verbannen naja der ist gestorben und lorakan habe ich damit schon mal ganz normal jetzt leider nicht mehr also da kann ich nichts mehr machen wenn ich das einmal benutzt habe und ich glaube das hat sie auch nur zwei mal jetzt ist sie dran dann würde ich mal sagen so ein riesen feuerball junge ich komme auch nicht mehr raus also nächste runde könnte ich noch mal heilen bei einem sie kann sich ja auch selbst heilen warum sie das nicht macht verstehe ich nicht das ist dumm ich glaube auch schön das Problem kann dir da unten nicht wirklich helfen ne na jetzt ist er auch wieder da auch das ziel ist außer sichtweite ach kommen ich muss versuchen ihn zu töten und es hat geklappt sehr gut sehr gut ich bin sofort wieder da okay damit heilen geht alles klar sehr schön der hat halt ja noch alles an live und da und hat es überlebt das nicht wenn ich da jetzt weggehen aber hey ich habe sie noch mal geheilt gut doch was wof wof er kann immer zurück schießen immer so ein stück weiter kann mich aber glaube ich noch einmal wieder leben ich rollen gekauft weiß ich gar nicht ja ich habe auch noch zwei rollen da unten da kommt man aber nicht hin der kleidung übrigens dabei also denn noch was anderes und starb so wie viel macht einer ein regen mein stadt macht zwei bis zwölf ich hatte drei bis zehn oder hat er jetzt einen bonus von plus 1 auf deinen zauber rettung sg und deine zauberangriffswürfe mit zehn haben oder ich brauche wir haben immer andere sachen dabei da kann man da hin ich wäre bei ihr bereits mit ihr zu reden besucht den stab so hat las verzweiflung wahrscheinlich dann macht nur bis zwei bis neun schaden ich bin soweit ok weil ich mich ja nur töten könnte a gripping in the chest as though i'd lost someone something paladin's fatigue no doubt you were excellent in battle as is your way and i am proud to fight at your side i will catch my breath then to camp i will bring my bones we're making me a good ach warum wie komme ich hier wieder weg ist das portal ach so du fliegen ich teleportiere mich einfach über die punkte raus man kann man nicht ist eine kiste ja gut ja ich gucke noch mal kurz was drin ist auch kacke werden den punkt noch nicht welchen punkt für hier ja ich habe den vorhin aufgenommen aber nicht jetzt so ja warte ich jeder normal raus und dann haben wir die näher ich habe diesen sinn der dieser question nicht ganz verstanden na er wollte sie haben und sie einsperren und das haben es verhindert wo war denn der punkt wenn du aus dem gebäude raus gehst und einfach geradeaus so zu dieser platz ja und dann aber ich bin jetzt ja dann eher nach süden nach norden ich würde sagen dann würde ich ja süden gehen damit wir hier hilft dem herzog finden steinflüssen im konto